Jo Leute, was geht ab? Ich bin Sammy, wieder auf meinem Kanal. Heute machen wir eine neue Herausforderung. Legendärer Auftrag, Woche 6. Und zwar platziere Kuhattrappen in Farmen. Drei Stück. Farmen ist dieser Ort hier. Ganz genau. Dieser hier rechts von Conny Complex. Hier noch einmal angezeigt. Hier so ein Ausrufezeichen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns gleich, wenn wir in einer Runde sind. Bis gleich, Leute. Ja, Leute. Hier sind wir schon eine Runde. Und hier landen echt ganz viele. Guckt euch das mal an. Einfach neue City Towers. Spaß beiseite. Ihr seht hier schon ein Blink. So ein blauer Kuhattrappen. So ein Schild hier. So ein Kuh. Einfach mal hingehen. Attrappe. So. Eins von drei haben wir. Ich zeige euch den zweiten Ort. Schnell einfach in die Büsche rein. Und dann einfach geradeaus. Hier einfach weiter geradeaus. Dann seht ihr, müsste ich hier ganz genau zweiter Kuhattrappen platzieren sein. Hier. So sieht das aus. Das war der zweite Ort. Wir gehen schnell zu den dritten, denn wir haben sehr wenig Leben. Oh, zum Glück. Und der dritte einfach hier durch den Bus. Und dann seht ihr hier den dritten. Einfach mal hingehen. Also hier. Einfach mal hingehen. Kuhattrappen. Haben wir abgeschlossen, Leute. Hier noch einmal angezeigt. Zack. 30.000 XP platzieren Kuhattrappen in Farmen. Haben wir abgeschlossen. Ich hoffe, dass ihr Video hat euch gefallen. Lasst gerne einen Like da. Abonniert gerne meinen Kanal. Lasst es gelaufen, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Und sollte euch sagen, das war es schon mit dem Video. Und ciao. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.